Ja Wo ist das? Und da steht dein Häschen schon wieder Sag ja das nun, Maria Ja, das hab ich aber gerade nicht gesehen Und ich hab auch keine Ahnung, wie die alte heißt No Wo? Jetzt hören wir grad im Hintergrund das nervösige Tipp von meiner Freundin Heiligtum des Waldes Nehmen wir doch direkt mal an hier Ähm Auf Schwer? Können wir machen, ja Ja, hab ich 6 Aufgaben auf schwer Ich hab jetzt grad nicht geguckt Wie, wie der Hund im... warte mal was Ja gut, dass das Tippen von meinem Laptop gar nicht laut ist Ja gut, dass das Tippen von meinem Laptop gar nicht laut ist Bah Ach du bist das hier Äh, ich weiß nicht was dieser Blaster ist, aber vielleicht ist das ja was für dich Blaster? Ja Ein Blubber Blaster Warte mal Ich glaub das ist ja Akademikerin Was ist da? Was ist da? Ahhhh Wir haben gefeiert Wir haben gefeiert Meine Freunde sind noch drin Bitte, hilf ihnen Ich bin Heiligtum des Waldes Wuhu Da waren wir beim Laptop Als wir angefangen haben mit Dragonest waren wir ja auch tausendmal drin ne? Ich glaube ja Ich glaube wir müssen ja auch noch ewig oft rein So, vielleicht sollten wir doch sagen Wir leveln erstmal ein bisschen Und äh Nehmen dann erst wieder auf wenn wir auf dem und dem Level sind Vielleicht war das doch gar nicht so ne schlechte Idee von dir Wir können ja auch äh Immer so zwischendurch wenn wir dann in den neuen Dungeon gehen das aufnehmen Weil, also wenn die die Dungeon noch nicht kennen Dass wir dann im ersten Run dabei sind oder sowas Aber sonst, dass wir dann auf Screen leveln Ja, vielleicht gar nicht so verkehrt Weil, wie gesagt, sonst müssen sie sich halt antun dass wir 5000 mal denselben Dungeon Und das wird dann glaube ich beim Zugucken auf lange oder kurz einfach nur noch langweilig Ja Das könnte passieren Ja Aber wenigstens wissen sie jetzt wie zäh das sein kann Mit Mei Oh ja So Ähm Pille eines Dunkelelfen Was? Pille eines Dunkelelfen? Ja Okay Hab ich vorhin schon gekriegt Du! Was war das denn? Das ist einer meiner neuen Skills Der ist aber heftig Ja den musste ich auch im kurzen Moment aufladen Hm Das hatte ich hier nochmal der Boss in Minotauros auch oder? Nein Ne Der Gargoyle genau Ich meine das ist der nervigste Bosse bis jetzt, die wir bis jetzt gesehen haben finde ich Äh mit seinem scheiß Meteor Schauer immer noch Was? Ja wir sind ja nur auf schwer hier drin glaube ich Ja das ging trotzdem ein bisschen schnell oder nicht? Das ist ein langen Bogen für dich Äh hurra Wo ist ein langen Bogen? Ach da Das ging jetzt aber ein bisschen sehr schnell Ist der für dich hier? Nein Ja ich soll mit dem reden aber ich kann nicht mit dem reden Ach da rennt auch noch Ein Mob rum Was rum? Genau Jetzt kriegen wir wahrscheinlich erstmal von mir eine Zwischensequenz wie Anna wieder irgendwo hin verschleppt wird Anna? Anna? Ich meine Ja Entschuldigung Das ist schlimm meine meine Na fast zweijährige Nichte jetzt Liebt es nehmen Moment wir sind beide in einer Zwischensequenz? Ja Seit wann das denn? Keine Ahnung Sonst war ja immer nur einer von uns in der Zwischensequenz Jetzt sind es wir beide Liegt wahrscheinlich daran dass die jetzt irgendwie zusammenlaufen unsere Geschichten? Das wäre cool Dann müssen wir nicht immer getrennt rumrennen Mhm Und mich ignoriert sie einfach eiskalt Oder geht die jetzt auch noch zu mir? Weiß ich nicht Ich glaube nicht So dann kann ich jetzt hoffentlich mit dem Typen reden Ich bin Level 17 Hurra Ich nicht Oh wir haben es auf S geschafft Halt Gargoyles Halt Gargoyles Hat doch was Ah jetzt Kann ich mit dem reden das ist gut So ich muss das jetzt hier irgendwie erkunden So ich muss das jetzt hier irgendwie erkunden Erkunden das Heilikum des Waldes Ja das muss ich auch noch Jetzt frag mich aber nicht was ich darf was man dafür machen Ah ich sehs Achso So Ein Antiker Text Okay Dann kommen wir jetzt in die Stadt zurück direkt Ne 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 Vor allem Eingang weil wir haben ja eine Abenteuerquests angenommen Ne bräuchten wir ja Jetzt bin ich zwei Level über dir das ist natürlich ein bisschen bisschen doof So Hier werden es irgendwie überleben Ja Ich will mal auf die Map gucken Wir können auch noch Mana grad Da fängt der Dingens an Der was an? Äh Der Kleriker zum Beispiel Das hier ist Eisgebiet Ja Da fängt auch der Magier an Oh So Kraterstein Wo müssen wir jetzt überall hin? So So May hat hier was Als ob May mal was nicht hätte Ja das stimmt Äh May spawnt bei mir gerade nicht Ich weiß nicht ob ich das gut oder schlecht finden soll So ich würde mich drüber freuen Na ja dann muss ich wenigstens nicht mit ihr reden Aber leider habe ich dann das Problem dass ich meine Quests nicht abschließen kann Das stimmt natürlich Und die bringen mir Geld und Erfahrung und Geld und Erfahrung ist wichtig und Looten und Leveln Ja ja looten und Leveln Das muss ich Ich bin Level 16 Äh Du hast deine neue Fähigkeit Was habe ich denn tolles neues Interessantes Oh So 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 Let's Okay So 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 Ce Und dann sind wir Ober-Babo-Glück-Schützerer, so keine Ahnung. Das könnte sein, ja. Habe ich denn coole Sachen gefunden? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich will nichts verbessern. Ich möchte gerne zeug ich loswerden. So. Jetzt kriegt hier schon wieder 10.000 Aufgaben. Oh, ich krieg bei der nächsten, bei dem Abschließen von dem Schmied einen neuen Köcher. Ah, das ist doch schon mal was. So. Glyphen-Herstellung. So. Mhm. Hm. Ich habe zwei neue Glyphen. Ich habe noch keine Bewegung erhöht und MP-Verbrauch verringert. Jetzt hätte ich noch eine Glyphen, die meine MP-Regeneration erhöht. Ich habe noch meinen Master. Oh. So. So. Ach, auf der anderen Seite bei den Arten. Gott, verwirrt mich das permanent zu den ganzen NPCs zu ran, um die Quest abzuschließen, besonders wenn man so viele hat. Das zeig ich mir auch jedes Mal. Aber ich würd ja sagen, an dieser Stelle beenden wir die Aufnahme. Äh, könnten wir tun. Weil wir haben schon wieder ein und ne Viertelstunde gleich. Ja, könnten wir tun. Ich muss das noch hier mit dem lieben... Bailey einmal reden. So. Wohinst du gerade rum? Weil dann können wir uns so cool nebeneinander stellen. Äh, ich bin grad auf dem Weg zu diesem Luftchef-Ingenieur Hubert. Ist so. Dann komm ich mal zu dir, ich seh dich hier auf der Karte. Dann können wir uns so cool nebeneinander stellen und dann die Aufnahme beenden. Ja. Genau. Hier oben muss ich sowieso hin, ich muss auch damit irgendwann quatschen. Kann ich das auch noch eben schnell machen? Und da Hubert. Ich hab sogar noch zwei neue Quatsch von dem. So. Mhm. So. Was mit der Aufgabe hier? Was soll ich mal so'n Türgriff finden? Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.